Hey Björn. Hi Stefan. Super, dass es geklappt hat. Du, ganz wichtige Punkte müssen wir besprechen. Den meisten jüngeren Kunden vor allen Dingen ist der Backforce immer noch zu teuer. Selbst mit all den Features plus Herstellung in Deutschland kommuniziert er auch alles auf Social Media. Du, machen wir schon. Aber Schüler und Studenten zum Beispiel. Also geil wäre ein Preispunkt für die jüngere Kundschaft gerade so unter 400 Euro zum Einstieg. Unter 400 Euro. Selbst die Konkurrenz aus Fernost, die hat die Preise angepasst. Also dir ist schon klar, wo wir die Stühle dann produzieren müssten. Ja, aber der sollte schon in Deutschland gefertigt werden. Ich meine, da stehen die Leute drauf. Puh. Also da gibt es nur noch wenige Möglichkeiten. Es gibt schon noch Materialien. Aber da ist dann mit blauem Engel und Nachhaltigkeit und Karben Footprint, auf den Stuhl setze ich mich nicht mehr. Ey, das ist ungünstig. Also weil kurze Transportwege und Nachhaltigkeit, es sollte schon gegeben sein. Na gut, letzte Option. Wir setzen die Garantie runter auf zwei Jahre. Also sie wollen eine vergleichbare Leistung plus Made in Germany und einen deutlich günstigeren Preis. Dann bleiben wir beim Backforce One und machen erstmal gar nichts. Echt jetzt? Ey, sorry, aber da habe ich schon ein bisschen mehr von dir als Produktmanager jetzt erwartet. Na dann warte. Hier, die B-Regulette von 1962, unser erster Stuhl. Da bekommst du sogar einen Netzrücken, ein bisschen Farbe. Backforce Light Air. Das machen andere Hersteller auch schon ganz erfolgreich. Sag mal, machst du dich jetzt lustig über mich? Was soll das jetzt? Der Berliner mit seinen Schnapsideen, das kann doch nicht sein. Wo haben sie den denn ausgefragt? Wo haben sie denn? Vielen Dank.